Einfaches Rindergulasch Ein Klassiker in der Küche. Gulasch. Aber es zubereiten? Keine Sorge, das ist ganz einfach. Sie benötigen Rindergulasch, Zwiebelwürfel, Fett zum Braten, Tomatenmark, Salz, Pfeffer und Paprika. Erhitzen Sie das Fett in einem Topf und geben Sie das Rindergulasch hinzu, kräftig bei hoher Hitze anbraten und die Zwiebelwürfel dazugeben. Als nächstes das Tomatenmark mit in den Topf geben und ebenfalls kurz mit anbraten lassen. Danach mit Salz, Pfeffer und einer Prise Paprika würzen. Und alles miteinander verrühren. Geben Sie einen halben Liter Wasser hinzu und lassen Sie alles kurz miteinander aufkochen. Danach reduzieren Sie die Hitzezufuhr und lassen Sie den Gulasch ein bis anderthalb Stunden weiter köcheln. Einfach köstlich. Wir wünschen guten Appetit!